moin und herzlich willkommen zum wirklich kurzgesagten silken court guide einfach aus dem grund dass es ein sehr komplizierter kampf ist werde ich zwei videos hier zu raushauen das ist der kurz kurz kurzgesagte und dann wird es zwei tag geben wir ein bisschen detaillierter und länger ist wichtig im endeffekt wie bei allen bossfights in ww wenn das vorliegen auf dem boden sind stellt ihr euch da nicht rein wenn ihr einen kreis um euch habt werdet ihr niemanden anderen damit anstecken wenn ihr irgendwo hingezogen werdet werdet ihr davon weglaufen wenn es große bodeneffekte gibt davon rauslaufen ja und dann kommen wir durch das ist ein drei phasen boss kampf mit zwei intermissions und das unterscheidet sich alles und immer wenn sich phasen in einem bosskampf unterscheiden von phase 1 zu phase 2 und es eine phase 3 gibt wissen wir dass in phase 3 alles zusammen kommt mit einem bisschen extra dementsprechend wird das ganze immer etwas komplizierter es ist zwei tage kampf die bosse teilen sich das leben der kampf raus kommt zum pull wir werden ein bisschen cleave brauchen weil es geben wird und ja ansonsten ausweichen 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 und ja ansonsten ist das erstmal der kurz kurz gesagt geist zu silken cord